Willkommen liebe Zuschauer, heute hier im Video die Noirpods Plus Version. Das sind schwarze Kopfhörer mit diesen schönen schwarzen Case. Und ich hatte auch schon bereits die Noirpods Pro im Test. Das sind die etwas kleineren Kopfhörer, hier eben die etwas größere Version. Aber auch hier wirklich von der Qualität sehr überzeugend. Und vor allem auch von der Sprachqualität. Das sage ich euch jetzt schon, also wenn ihr auf Kopfhörer Wert legt, die ein gutes Mikrofon verbaut haben, dann ist hier die Noirpods Plus Version eine ziemlich gute Version für euch, die ihr euch jetzt mal anschauen solltet. Legen wir los mit dem Verpackungsinhalt. Die Verpackung ist schwarz gehalten, hinten ebenfalls schwarz. Wenn wir sie öffnen, finden wir darin natürlich die Kopfhörer in dem Case. Weiterhin darunter noch das Lightning-Auflagekabel und eine Bedienungsanleitung. Ja, kommen wir jetzt mal zu den Kopfhörern. Die befinden sich natürlich hier in diesem schwarzen Case. Kurz zu dem Case, zu der Optik und Verarbeitung. Die Verarbeitung, da lässt sich nichts Negatives sagen. Wir haben hier keine großartigen Spaltmaße oder ähnliches, dass irgendwas klappert, irgendwas lose sitzt. Alles sehr, sehr gut, so wie es sein soll. Vorne haben wir auf diesem Case die grüne Ladeanzeige, bzw. wenn sie leer sind, wird die dann eben orange. Weiter hinten auf dem Case haben wir dieses Scharnier und darunter einen Knopf zum Verbinden der Kopfhörer, beim erstmaligen Verbinden mit dem Handy. Ansonsten haben wir unten auch einen Lightning-Aufladeanschluss. Das Schöne ist allerdings, die Kopfhörer können auch ganz normal auf einem Wireless-Charging-Pad geladen werden. Wenn wir sie dann mal in der Hand haben, bzw. wenn ihr sie in der Hand habt, werdet ihr merken, dass das schwarz eben nicht lackiert ist, sondern eben auch so ein gummiartiger Lack ist. Sehr, sehr schön, denn sie liegen dadurch richtig gut in der Hand. Das ist ein richtiger Handschmeichler, könnte man so meinen, auch wenn das komisch klingt. Ansonsten, wenn wir sie dann mal öffnen, haben wir ein Scharnier, was eben nicht so einfach zufällt, sondern so ein bisschen magnetisch ist. Es hält gut zu, wenn wir sie öffnen, aber es bleibt auch gut offen, wenn sie offen sind. Ansonsten dann einfach zuschmeißen und dann sind die auch zu. Aber von selbst geht es eben jetzt nicht zu, nur wenn wir eben mal hier, zack, ein bisschen schneller zuschnappen lassen. Dann kommen natürlich die Kopfhörer zum Vorschein. Die Kopfhörer selbst sind wirklich auch schwarz und eben auch mit diesem schwarzen Lack ummantelt. Wir haben die Links- und Rechtsbeschriftung auf diesen Kopfhörern, die wir vorfinden. Ansonsten sind sie in etwa gleich groß wie die Airpods der zweiten Generation, nur dass sie eben schwarz sind. Und ansonsten sehen die eben auch ziemlich ähnlich aus. Unten von den Ladepunkten sieht das so aus. Ansonsten eben wirklich hochwertig verarbeitete Kopfhörer. Das Schöne ist auch bei dieser schwarzen Version, dass man eben die Spaltmaße kaum sieht, weil man eben gar nicht weiß, wo sollen die Spaltmaße jetzt sein. Wenn man jetzt genau hinsieht, sieht man natürlich, wo die Kopfhörer zusammengesetzt worden sind. Aber das ist sehr schwierig zu erkennen. Denn ansonsten wirklich eine gute Qualität, wenn wir sie hier in der Hand haben. Und das macht einen richtig guten Eindruck. Es sind Bluetooth 5.0 Kopfhörer, Reichweite bis zu 12 Meter auf jeden Fall realistisch. Sie sind abwärtskompatibel, also auch mit Geräten Bluetooth 4.2, 4.1 und so weiter kompatibel. Egal ob Android oder iOS-Geräte. Das also dazu sehr, sehr verbindungsstabil. Sie brechen also auch nicht ab von der Verbindung und so weiter. Ansonsten haben wir hier von den Funktionen zum einen natürlich Wireless-Charging-fähiges Case. Wie ich schon meinte, dann haben wir die Pop-Up-Window-Animation auf dem iPhone bzw. auf iOS-Geräten. Das gibt es leider nicht auf Android. Wenn ihr die also öffnet, bekommt ihr eine Animation, wo dann auch die reale Batterieanzeige dieses Cases angezeigt wird. Und eben auch der Kopfhörer separat. Ja, dazu weiterhin habt ihr die Möglichkeit, auf dem iPhone und auch auf Android-Geräten den Namen dieser Kopfhörer zu ändern. Ich habe sie einfach mal Airpods genannt. Ihr könnt die aber auch nur Airpods nennen und könnt auch noch hinzuschreiben, von wen. Also Airpods von sonst wen. Wenn euch mal ein Kopfhörer abhanden kommen sollte, also die Kopfhörer sind natürlich nicht teuer. 30 Euro ist jetzt nicht die Welt. Trotzdem, wenn sie euch mal abhanden bekommen sein sollten, könnt ihr die auch einfach über euer iPhone wieder suchen. Also das Schöne ist, ein Kopfhörer liegt irgendwo und ihr könnt die ordnen. Also GPS ist hier eben auch mit integriert. Weiterhin haben wir auch hier die Funktion von dem Smart-Sensor. Bedeutet, wenn ihr die Kopfhörer aus dem Ohr nehmt und Musik abspielen lassen habt, stoppt die Musik automatisch, steckt ihr sie wieder ins Ohr rein, geht die Musik automatisch weiter. Oder was hier einfach mit dem Finger symbolisiert werden sollte. Alle wichtigen Funktionen sind hier also mit an Bord. Weiterhin ist auch sehr erwähnenswert, die gute Akkulaufzeit, die liegt nämlich auch bei 4 Stunden. Also zwischen 3 bis 4 Stunden. 3 Stunden liegt sie, wenn ihr auf 100% der Lautstärke hört. 4 Stunden sind eben möglich, wenn ihr auf 50% der Lautstärke hört. Also auch das sind wirklich gute Werte von diesen Noir Pots Plus. Genug erzählt zu den Kopfhörern, zu der Optik und zu den Funktionen. Jetzt kommen wir natürlich mal zur Klangqualität und auch zur Qualität des Mikrofons, die hier verbaut worden sind. Und da gebe ich euch jetzt einfach mal diesen Testanruf. Ich habe einfach mal von einem Telefon die Kopfhörer verbunden, habe auf einem anderen Telefon angerufen und mit der Kamera aufgezeichnet. Und das könnt ihr euch jetzt einfach mal selbst anhören. Wie ihr hören konntet, ein wirklich sehr überzeugendes Mikrofon. Denn das Mikrofon ist laut von der Lautstärke, man versteht einen sehr gut. Natürlich können die Hintergrundgeräusche nicht alle wunderbar rausgefiltert werden. Wenn ihr also Hintergrundgeräusche speziell habt, ein Trubel von Menschen oder so, das kann nicht immer alles so perfekt rausgefiltert werden, gerade für diesen Preis nicht. Aber wie ihr hören konntet, ist dieses Mikrofon schon ganz, ganz weit oben bei diesen Kopfhörern angesiedelt. Also da gibt es andere Fakes, die einfach nur schlechtere Mikrofone haben. Und das ist ganz, ganz weit vorne mit dabei von diesen Noir Pots Plus. Also sowas Gutes habe ich selten bei Fakes gehört. Wenn ich überhaupt schon mal sowas gehört habe, dass das so klar und auch deutlich war. Also Klangqualität vom Mikrofon sehr gut. Ja und auch von der Klangqualität von den Kopfhörern, wenn ihr Musik hört, kann man dazu sagen, ich persönlich finde den Klang ziemlich gut, weil ich war echt überrascht, als ich die Kopfhörer in meinem Ohr hatte. Ich finde, erstmal kurz, ganz kurz, um euch das zu verdeutlichen, das sind die schwarzen Kopfhörer, sehen so aus. Ich persönlich finde, die schwarzen Kopfhörer sehen einfach besser aus, als die weißen. Die weißen trägt jeder, ja, Louis draußen rum, wenn man das jetzt mal so sagen kann. Und das Schwarz sieht einfach in meiner Ansicht einfach ein bisschen besser aus. Ganz einfach sitzen, auch wirklich gut im Ohr, kann man überhaupt nicht meckern. Und von der Klangqualität kann man sagen, dass die Klangqualität mich ein bisschen geflasht, dass man hat, weil ich habe die Kopfhörer auf lauter zu der Lautstärke gehört. Auf einmal kam halt wirklich Bass in dem Lied vor und es hat einfach nur so gedrückt im Ohr, war extrem krass. Also da dachte ich mir so, wow, was hier für Bass rauskommt. Die sind sehr, sehr basslastig allgemein. Sind die jetzt nicht so ein kompletter Allrounder, dass man damit jedes Lied hören kann, denn die sind eben ein bisschen basslastiger und eben auch dadurch dumpfer. Muss man also mögen, gerade wenn ihr eben basslastige Lieder viel hört, werdet ihr diese Kopfhörer lieben. Wenn ihr jetzt allerdings wirklich Video hört, wo kaum Bass vorkommt, könntet ihr eben sagen, okay, das ist mir doch ein bisschen zu dumpf, das wird mir ein bisschen verfälscht. Also das passt dann nicht 100%. Wenn ihr aber wirklich basslastige Lieder hört, dann gebt euch diese Kopfhörer, die geben euch einen richtig guten Bass, da werdet ihr überzeugt sein. Weil der Bass ist bei diesen Kopfhörern so besser als bei den normalen Airpods beispielsweise. Trotzdem sind natürlich die Airpods in der Hinsicht einfach ausgewogener vom Klang, indem sie eben in aller, also in den Höhen und Mitten einfach noch besser wären. Hier die sind eben allgemein ein bisschen dumpfer. Trotzdem in meinen Augen überhaupt kein schlechtes Sounderlebnis. Eben einfach ein bisschen dumpfer, ansonsten ziemlich genial. Das also jetzt zu den Noirpods Plus. Das soll es jetzt auch von diesem Test dieser Kopfhörer gewesen sein. Ich kann euch wirklich sagen, ziemlich gute Kopfhörer hier in der schwarzen Version gefallen mir richtig gut. Und vor allem eben hat mich bei diesen Kopfhörern das Mikrofon überzeugen können, denn man kann darüber richtig gut telefonieren. Fertig, aus. Der Klang natürlich etwas dumpf, aber der Bass ist schon ziemlich, ziemlich genial. Kann auch auf jeden Fall überzeugen. Die Verarbeitung, die Qualität, die Optik gefällt mir auch richtig gut. Und das für diesen Preis von gerade mal 30 Euro. Also muss man sagen, wenn ihr auf diese schwarzen Kopfhörer liebäugelt, dann sind glaube ich die Noirpods Plus einfach die richtige Wahl. Haben ziemlich viele Funktionen, fast alle Funktionen, die es so gibt. Also gerade auch Namensänderungen und GPS, das sind mit die neuesten Funktionen. Dazu eine gute Akkollaufzeit, etwas immer mehr. Also das zu den Noirpods Plus. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Bleibt also dran. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.